2009 hat hier alles angefangen. 1743 Teilnehmer bei der ersten REWE Team Challenge. Jetzt am 23. Mai sind wir das zweite Mal ausgebucht mit 20.000 Teilnehmern und die können sich richtig auf was freuen und laufen Punkt 19 Uhr alle in diese Richtung, Richtung Postplatz und da beginnt die große Laufparty. Einer will es sogar rückwärts probieren, Thomas Dold, startet allerdings schon 18.50 Uhr und muss die 5 Kilometer in unter 19 Minuten 30 laufen.